Miep, miep, ding, dong und hallo, denn ja, wir sind wieder bei einem kleinen Stream-Ankündigungsvideo, das ja heute Abend starten soll, denn um 19 Uhr wie immer heute der Stream, beziehungsweise nicht wie immer, aber heute mal wieder und ich hoffe mal, dass ich einige von euch heute Abend dann auch wieder auf twitch.tv slash morellenoir empfangen kann. Macht's gut, bis dann, tschüss.